Ja Leute, was geht da? Mein Name ist CdoubleCity und willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Sky und heute mit einer ganz besonderen Edition von Minecraft Sky und zwar mit dem Boss-Event. Ja, das habe ich hoffentlich jetzt sehr dramatisch angekündigt, denn das Ganze ist auch ziemlich dramatisch, ja, tatsächlich. Es gibt ja auch die PvP-Events bei Minecraft Sky, an denen ich allerdings noch nicht teilgenommen habe, weil ich ja wie gesagt vorproduziert habe. Könnt ihr gerne mal bei den anderen reinchecken, reingucken und das abchecken. Und ich bin hoffentlich in Zukunft dann auch bei den PvP-Events mit dabei. Ich glaube, die machen echt ziemlich Bock. Und heute ist ein sogenanntes Boss-Event. Und zwar ist heute das erste Boss-Event, glaube ich, von Minecraft Sky. Das heißt, das habe ich noch gar nicht verpasst, sozusagen, sondern das ist direkt am Start. Und wir haben hier die Ressourcen von nicht ganz der letzten Folge, sollte es bei euch sein, sondern die von vorletzter Folge, sowas um den Dreh auf jeden Fall. Und die können wir jetzt verwenden, um uns auszurüsten. Ich kann anscheinend mit Emeralds, okay, das war mir nämlich nicht ganz sicher, mit Emeralds keine Sachen craften hier, aber wir haben 18 Diamanten durch diese ganze Farm zusammengesammelt. Und damit könnten wir jetzt beispielsweise uns eine Geilo-Rüstung machen. Oh, mache ich mir da jetzt auch noch ein Schwert mit oder so? Ich weiß es gar nicht. Drei noch übrig, natürlich schwierig. Kann man sich vielleicht nochmal verschlucken oder ein Höschen draus machen. Oder hier lieber da und auch ein Schwert, glaube ich. Ich glaube, das passt besser. Mit den drei kann ich ja sonst sowieso nicht so viel anfangen. Dann mache ich mir das. Und dann mache ich mir jetzt hier noch ein Geilo-Schwert noch an den Start. Bringe ich mir dann noch und so, wisst ihr Bescheid. Und ihr seht die ganze Zeit den Chat unten durchlaufen. Die anderen labern die ganze Zeit schon über die ganze Sache. Denn es geht offiziell gerade noch nicht los, denn ich bin gerade dabei, mich vorzubereiten. Wir haben noch kurz ein bisschen Zeit, uns vorzubereiten mit dem Zeug, was wir am Start haben. Und genau, dann geht es dann irgendwann gleich los. Ich kann das Ganze natürlich hoffentlich, wenn ich richtig informiert bin, mal wieder cutten und so. Das, what the fuck, meine Maus dreht übelst am Rad. Das heißt, ich kann das Ganze noch ein bisschen anpassen, falls das alles hier noch ein bisschen länger dauern sollte. Aber ich habe mal hier so ein bisschen ein Schwert mitgenommen. Dann meine Axt, noch ein paar andere Schwerter. Ich werde ja höchstwahrscheinlich jahrelang im Boss-Event mit am Start sein. Da brauchen wir natürlich sowas. Dann habe ich hier natürlich noch Stone. Wir könnten uns sogar noch einen Bogen machen. Schiech, vielleicht kriegen wir ja irgendwo dann auch Pfeile her. Dann können wir mit dem Bogen, mit Pfeilen, ein bisschen rumschießen. Aber, oh, das hätte ich mir eigentlich sparen können. Was? In 60 Sekunden geht es schon los. Ach du meine Güte. Ähm, warte mal. Bogen ist ja an einer Seite immer so abgekrümmt, sag ich mal. Und dann haben wir hier einen Bogen am Start. Haben wir denn auch genug zu essen? Also das Ding ist, wenn wir das alles verlieren hier, keine Sorge, dann haben wir das in der nächsten Folge wieder. Oh mein Gott, das macht mir übelst den Druck gerade. Alter. Können wir noch irgendwas gebrauchen? Ich habe keine Ahnung. Compressed Zone habe ich eigentlich, um mich hochzubauen. Mein Happy ist jetzt nicht gerade ausgeprägt an der Stelle, muss man mal so sagen. Das könnte ich mal jetzt hier unten ins Inventar packen. Und ansonsten wird es sowieso eine Riesenkatastrophe. Vor allen Dingen, weil ich ganz woanders bin. Ich bin ja hier im Hinterland. Und das würde bedeuten, dass ich nochmal die richtige Welt sehe, Leute. Der EZZ reist aus dem Hinterland und hat übelst das Problem mit der Maus. Alter, warte mal. Vielleicht muss ich mich so ein bisschen zur Seite. Oh Gott, was passiert. Ich weiß gar nicht. Ich weiß überhaupt nicht, was passiert. Ich weiß nicht mehr, was das Ziel ist, Leute. Ich bin so hart uninformiert mal wieder. Aber ich würde sagen, die Maus kommt gar nicht auf ihr Leben klar. Ab geht's. Zurück aus dem Hinterland. Oh Gott. In die richtige Welt dort draußen, Leute. Willkommen zum allerersten Boss-Event. Ich weiß nicht genau, was passiert. Ich sehe nur so einen riesigen Wirbelsturm da vorne irgendwie, der irgendwie undefinierbar optisch gerade am Start ist. Was hat der Baxin schon am Arsch? Weißweiß ist schon weg. What the fuck? Alter, geht ihr ab? Ich habe doch meine Ennerperle zur Not. Ich habe aber keinen... Was passiert da? Kommt der jetzt auf mich zu? Nein, 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 nein. Ich kann da reinlaufen, oder? Ich habe jetzt keinen Eimer gefunden. Was eigentlich ganz geilo wäre, weil ein bisschen Wasser kann ja... Huh! Wer ist denn das? Wie viele sind denn das? Alter, ich habe... Die sterben alle. Ich weiß nicht mehr, was passiert und alle sterben. Ich weiß nicht mehr, was hier abgeht. Oh, Jump'n'Run. Huh! Schisch! Und jetzt? Änderdrache? Ich werfe den ab mit Steinen, ne? Ich werfe den ab mit Steinen. Sobald einer auf mich zukommt, da kenne ich keinen gerade. Wow, 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 wow. Ich habe ihn getroffen. Schisch! Scheiße, ich hätte gerne noch mehr Steine. Was zur Hölle geht ihr ab? Oh mein Gott, und bei mir ist es so übelst laut. Was ist denn aus dem Weg geworden? Guckt euch das mal an, Leute. Das ist der Weg. Zurück vom Hinterland. Huh! Okay, 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 okay. Was zur Hölle geht ihr ab? Wir sind full... Wir sind nicht full, dir. Okay, okay, okay. Haben so wenig Leute Dias? Oder ist Corona der Einzige, der auch... Alter! Ich weiß gar nicht... Wow, wow, wow! Alter! Was geht denn bei ihm ab? Ich weiß gar nicht, wohin mit meinem Life. Ich weiß gar nicht, wohin mit meinem Life. Was mache ich denn mit meinem Life? Ich glaube, ich gehe nach oben, oder? Da kann mir doch am wenigsten passieren, eigentlich. Ähm... Hallo, Drachi! Oh, ist das laut bei mir auf dem Kopf. Ui! Ui! Was mache ich denn jetzt mit denen? Ich glaube, wir müssen irgendwas zerstören. Hier irgendwo... Huh! Alter! Hier irgendwo gibt es so Dinger, wo sich die Drachen mit aufladen können. Ich habe ja keine Ahnung von Minecraft, Leute. Das wisst ihr ja mittlerweile. Aber hier gibt es irgendwo so Dinger, mit denen können die sich wieder aufladen. Und das sind so quasi so Kristalle, glaube ich, die sich hier irgendwie über die Map verteilen. Oh, wir haben Bone Meal. Sehr, sehr geil. Wie komme ich denn jetzt hier wieder weg? Und wo ist einer von diesen Kristallen? Wow, wow, wow! Alter! Hallo? Wow! 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 Ich schreibe Hallo und währenddessen wird der vor mein Auge aufgefressen, Alter! Alter! Ich bin total unnütz! Ich will was Gutes tun! Das ist mein Lebensziel! Ich will... Wow, 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 wow! Ich will irgendwas Gutes tun für die Welt, aber ich weiß nicht, wo die sind. Da oben ist einer! Ist es einer? Ich weiß es nicht. Es sieht so aus. Komm ich da hin? Wow, 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 wow! Komm ich da hin? Leute, greift mich mal bitte nicht an! I-Doppel-Z-In-Mission! Der I-Doppel-Z zerstört die Änder-Drachen! Minecraft-Sky wird gerettet! Und der I-Doppel-Z ist daran schuld! Oder so. Dister, ne? Hä? Das ist ein Kanon! Wow! Das ist ja doch nicht cool! Ich dachte, das wäre was Cooles! Wow, wow, wow! Alter! Guck mal hier, werf dich ab! Ich hab ihn nicht getroffen! Also, ich hätt' ja ganz gern Pfeile! Kann ich dieses Ding hier bedienen? Wow! Aua, aua, aua! Einer Perle! Ne, doch nicht! Ich hab überlebt! Ich bin still alive! Huh! Huh! Ich brauch Happy! Ich brauch ganz dringend Happy! Warum kann ich nicht essen? Ach, ich hab volles Leben! Oh! Ich hab volles Essen! Wo ist mein Dier-Schwert? Ich hab doch nicht ernsthaft mein Dier-Schwert weggeworfen, oder? Nein! Hat der die Doppel-Set nicht gemacht! Hab ich... Ich glaub, ich hab einen Riesenschreck bekommen und mein Dier-Schwert weggeworfen! Habt ihr irgendwo was Geiles? Oh, scheiße! Ich bin der unnützeste... Ever! Lass mich! Aus! 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 Ich muss recken! Oh! Mein Hals kratzt! Ich muss übel was trinken, aber ich hab keine Zeit! Wir sind im Krieg! Ich bin... Scheiße, Alter! Ich weiß überhaupt nicht, was ich tun soll! Nicht meine Möhrchen! Lass mich! Hat keiner von den... Wow, 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 wow! Ich weiß echt nicht, was hier abgeht, Alter! Ich hab auch nur eine einzige Ender-Perle! Sonst würde ich mir ein geiles Leben machen! Ich baue hier so einen Schwabbel hin! Und jetzt... Ist der E-Doppel-Set! Eine geheime Mission! Ey, lass mich, Ellemann-Frieden, ey! Ohne Witz! Okay, okay! Die sind alle lieb! Die sind alle lieb! Die sind alle lieb! Die sind alle übelst lieb! Okay! Es ist ruhig geworden! Es ist ruhig geworden! Ich weiß überhaupt nicht, was abgeht, Alter! Ich denke, alle Crystals sind down! Okay! Na gut, wenn das der Fall ist, dann ist ja alles Izzy! Hat vielleicht einer Pfeile? Dann würde ich auch gerne mal irgendwie was mitmachen! Oha! Jetzt sind übel viele gestorben! Ja, wenn ich keine Pfeile habe! Wenn ich keine Fernkampfwaffe habe! Guck mal, was das hier alles ist! Hier kann doch kein Mensch Pfeile finden! Ist hier ein Pfeil! Ha! 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 Oh! Oh! Das war fucking knapp! Ich glaube, ich habe fucking viel Glück im Unglück! Oder so eine Art! Oh, fuck! Da ist Maudado am Start! Hier ist noch ein Kristall! Keiner Pfeile! Ich glaube, jemand hat in der Mitte was platziert! Vielleicht können wir in der Mitte uns irgendwie was holen! Ich weiß nicht mal, wo die Mitte ist! Ich kenne dieses Minecraft Sky! Ich kenne Minecraft Sky nicht! Das ist ein cooler Stab! Warte mal! Oh! Der sieht cool aus! Kann ich damit was machen? Ha! Das bringt gar nichts! Ich habe keine Ahnung, Mann! Ich will auch was tun! Aber ich habe nichts zum Tun! Hallo Schafis! Könnt ihr mir helfen? Hallo Kuiz! Hallo Schafis! Könnt ihr mir helfen? Hab keine... Fern... ...Kampf... Waffe... Ho, 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 ho! Ho! Hey! Hey, hey, hey! Hey, 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 hey! Hey, 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 hey! Hey, aus! Alter, böse Mieze-Katze. Böse Mieze-Katze. Ganz, ganz böse Mieze-Katze. Was haben wir denn hier? Haben wir hier denn nirgendwo Pfeile oder Federn oder sowas? Hieß zu! Alle fallen runter, alle sterben, alter! Sind die wirklich noch im Game? Oder wird man dann einfach wiederbelebt und fängt von vorne an? Ich hab gar keine Ahnung, aber es sind ja schon weniger geworden. Alter, ich hab mich überhaupt nicht informiert, ne? Bis vor einer halben Stunde wusste ich nicht, dass dieser ganze Kram hier abgeht und ich laufe die ganze Zeit nur im Kreis. Als ob ich schon wieder bei euch bin, alter! Ich hab mich doch gerade noch hier lang gebaut. Blöcke? Ey, ich hab gar keine Ahnung, was abgeht, alter. Ich glaube, alle haben einen Plan und ich laufe einfach nur rum. Oh, ist das knapp hier überall. Alter, ich baue mich wieder da rüber. Ich glaube, ich baue mich wieder da rüber. Ich sehe schon das Ende kommen, Leute. Ich werde einfach richtig stupide... Ein Pfeil! Ich hab ein Pfeil! Ich hab ein Pfeil. Ich werde einfach so richtig stupide irgendwo runterfallen. Wow, 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 wow. Alter, dich krieg ich, dich krieg ich. Du, du, Assi! So, dem hab ich's, glaube ich, gegeben. Der wird so schnell nicht mehr wiederkehren. Klim's auch down, oder? Ich kann doch nicht random in der Luft rumschießen. Ich bin einfach der unnützste. Aber ich hab ihm zwei Hits gegeben, wenn's hochkommt. Und hab jetzt einen Pfeil. Da ist ein Pfeil! Was? Ich hab ihn aber bekommen, oder? Ja, ich hab noch einen Pfeil. Warum... Warte mal. Das kann ich doch... Ich brauch irgendwas mit mehr Blöcken. So, komm her. Nein! Nicht meine Pfeilis! Ja. Okay, komm her. Wag dich. Wag dich, Junge. Ich hab zwei Pfeile. Ich hab zwei Pfeile. Mir kann gar nichts passieren. Mir kann gar nichts passieren. Ich geh jetzt hier zu meinen Freunden. So. Zu meinen Kollegas. Oh. Da. Debitur ist auch am Start. Debitur und ich. Plus wenig Kraft. Der Varro-Gewinner. Wir gemeinsam rocken das Ding. Wir sind die PvP-Profis, Leute. Wir wissen genau, wie das hier läuft. Wir wissen ganz genau, wie das hier funktioniert. Da, Debitur schießt auf Pfeile. Der hat bestimmt auch zwei. Au! Au! Debitur, du Arsch! Debitur! Alter! Debitur, du Assi! Huh! Und meine Maus kommt immer noch gar nicht auf ihr Leben klar. Kommt doch mal her, Alter, wenn ihr euch traut. Kommt doch mal einer zum IZZ. Hä? Wer traut sich das von euch? Keiner, ne? Du! Boom, Junge! In dein Face! Oh, no! So. Naja, gut. Wir haben es dem jetzt schon mal gegeben. Der tut mir schon fast leid, so hart, wie wir es dem gegeben haben. Ich würde sagen, wir gehen jetzt doch dann... Oha! Wagt er es, sich nochmal zurückzukommen? Alter! Dann gucken wir mal, ob er hier... Schrei doch nicht so rum! Alter, sind die laut, ey! Meine Güte! War hier nicht nochmal irgendwo in der Wallerei? Sind wir hier bei Sturmi? Da! Skelett! Skelett bedeutet Kraft! Skelett bedeutet Frieden! Skelett bedeutet Pfeile! Nein! Nicht runterfallen! Komm her, Skelettie! Gib mir ein Pfeil! Fellpfeile! Wir haben bei Sturmi elf Pfeile gefunden! Und jetzt! Kommt die große Attacke! Hier im Krieg! Oh nein! Achso, ich dachte, er hat runtergefallen. Ha! Zwei Pfeile! Schieß! Okay, jetzt geht's ab. 14 Pfeile, uns kann gar nichts mehr passieren. Uns kann nichts mehr passieren. Hier gibt's jetzt bestimmt noch mehr. Ja, nee, hat er nicht mehr am Start. Ich hab fast das Gefühl, ich bin der letzte Überlebende oder so. Aber ich glaub, es sind noch alle am Start. Ich raff das nicht. Gamers Time, ja, ich glaub, die werden alle wiederbelebt. Ich glaub, das Ziel ist wirklich... Ich hab gar keine Ahnung. Ich glaub, das Ziel ist wirklich, dass wir einfach alle gemeinsam gegen die gewinnen oder so. Ja, die fallen alle ständig runter, okay. Dann ergibt's, glaub ich, keinen Sinn. Ich weiß gar nicht, was hier abgeht. Egal. Ich bin voll am Start, Leute. Creeper ist auch am Start. Was, Creeper? Was? Was? Sheesh, Alter, wieso ging der denn so schnell down? Also, ist zu schnell explodiert. So. Enderman ist auch am Start. Ich erledige erstmal die kleinen Dinge, Leute. Ich mach mich erstmal... Bam! Was war das? Wo ist denn? Wo ist er? Noch ein Creeper, Alter. Wo ist er? Wo ist er? Ich weiß gar nicht mehr, was hier abgeht. Okay. Naja, ich würd sagen, ich klopp da mal ein bisschen auf den Ender dran. Oha! Da, Junge! Oh, scheiße, der war übel daneben. Aber egal, ich hab ja viele Pfeile. Kann gar nichts passieren. Ich gönne mir jetzt erstmal ein Möhrchen. Hey, ihr... Was ist denn das Ziel? Was müssen wir machen? Einfach nur stundenlang auf den Drachis rumkloppen, oder was? Ist das das Ziel? Während alle anderen tausendmal runterfallen? Drachenkillen ist echt das Ziel. Na gut. Dann versuche ich nochmal zu treffen, ne? Den da! Oh, hab ich nicht mehr. Aber den da. Den, Junge! Alter, das gibt's doch nicht! Ich bin zu schlecht! Das klappt nicht! Müssen wir jetzt einfach alle Wild in der... Luft rumschießen, oder was? Boah, der hat ja übel gelitten. Ich geh, glaub ich, zu meiner Armee. Ich geh zu meiner Armee, Leute. Ich glaub, die muss ich hier so... Wir sind eine! Minecraft Sky! Hab ich... Oh! 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 Ich treff gar nichts, Alter! Alter, Alter! Hey, das können die doch nicht ernst meinen! Das hat doch kein Ende, das dauert... Oh! Wow! Das dauert doch Jahre! Ich treff auch niemanden! Ey, das gibt's doch nicht, Alter! Wie schlecht kein Endmensch sein! Einer ist fast down! Aber wenig Kraft und ich... Wow! 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 Alter! Chill mal ein bisschen dein Life! Wow! 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 Was zur Hölle war das? Ey, wer ist denn von euch so aggressiv, Mann? Hä? Und dann sind die wieder übel weg, Mann! Der! Der wird's! Ja, der haut auch schon wieder ab! Er auch! Ich glaube, immer wenn die einen angreifen wollen... Ich versuche jetzt auch mal nachzudenken... Ich glaube, immer... Geil! Ich bin wieder oben! Chill-o! Ich glaube, immer wenn die einen angreifen wollen... Ich glaube, einer ist down, Alter! Bei dem Sound würde ich mal behaupten, einer ist down! Noch einer! Und... Boom! Leute, war das ein Kill vom IZZ? War das der letzte wichtige Pfeil? Hat der IZZ die Menschheit gerettet, Leute? Ich kann's mir nicht anders erklären! Ich kann's mir wirklich nicht anders erklären! Alter! Ha! Oh! Da geht der nächste down, Leute! Da geht der nächste down! Ja, und ihr... Ja, da guckt ihr, ne? Da guckt ihr! Boah, ist das laut! Boah, ist das laut bei mir! Ist das laut! So! Ich würde sagen, die Doppel-Z hat alles geregelt! Da ist ein Pfeil am Start! Den gönnt er sich natürlich! So, jetzt kann er wieder den letzten finalen wichtigen Schuss machen! Ich bin so Last Man! Oh, ich bin so der mit den Last Hits, Leute! Ihr kennt mich! Wenn der IZZ so einen wichtigen letzten Hit landet, dann ist aber aus die Maus! Dann ist aus die Maus! Er hier zum Beispiel! Das könnte... Hätte dein letzter sein können! Das hätte dein letzter sein können, Kollege! Das wusste er auch! Und das ist direkt wieder abgedreht! So, wer traut sich? Wer traut sich? Ihr habt es doch alle mitbekommen! Ihr habt doch alle mitbekommen, was passiert ist, Freunde! Ihr wisst doch Bescheid! Ich habe noch nie gegen Ender-Nach-Nach-Gekämpft, aber... Wer von euch kommt? Wer von euch? Du? Du? Wer? Wer ist am Start? Wer soll es werden? Wer soll es werden? Wenn einer auch nur ansatzweise in meine Richtung kommt? Alter! Ganz, ganz knappe Geschichte, Kollege! Ganz, ganz knappe Geschichte! Du spielst mit dem Feuer, ne? Ihr spielt alle mit dem Feuer! Wow! Ja, Kollege! Der hat gesessen, ne? Der hat aber gesessen! Glaub mir, das war kein Zufall! Benny macht das auch klasse! Oh, da ist der Nächste! Der ist nämlich, äh, nachträglich! Der ist nämlich nachträglich an meinen Pfeil verreckt! Oh, Pfeile! Wo, wo, wo sind sie? Wo sind sie? Wo sind sie? Leute, 56 Pfeile! Eine Ära kann beginnen! Die Ära des Doppel-Zs! Die Ära des Doppel-Zs! Jetzt geht's ab, Freunde! Jetzt geht's ab! Jetzt kann mir nichts mehr passieren! Jeder einzelne Schuss sitzt, Leute! Jeder einzelne Schuss! Passt mal auf! Passt mal auf, Leute! Ich mach das von hier oben! So! Benny hat die gleiche Taktik sich abgeguckt! Genau wie Paluten! Gucken sich das alle ab! Ah! Könnt doch nicht Minecraft Sky zerstören hier! Wie viele sind's denn noch, Alter? Wow, wow, wow! Komm, ein aus der Ferne! Nö, schade! Drei Stück? Sind das die letzten drei? Sieht ein bisschen so aus, ne? Oh! Da ist er down! Da ist er! Durch meinen Anblick, Leute! Durch meinen Anblick gestorben! Und jetzt seh ich grad gar keinen mehr! Ich geh auf, ich geh auf Reise, Leute! Ich geh auf Endermen Zerstörungsreise! Das wird jetzt... Das wird jetzt grausam, Leute! Also für die Leute, die ein bisschen jünger sind, einfach weggucken! Was ich jetzt gleich machen werde, wird einfach nur grausam sein! Einfach ein grausamer Zerstörer! Da ist er, da ist er! Ähm, warte! Äh! 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 Fast jeder davon hat getroffen! Ihr habt's genau gesehen! Und auch du! Kriegst... Bum! Da ist er, Leute! Da ist er! Ihr habt genau gesehen, wie der gesessen hat, Leute! Ihr habt's get... Oh, schiech! Was denn, Junge? Bum, Junge! Vom Izz! Da ist er! Es gibt nur noch einen Enderdrachen, Leute! Es gibt nur noch einen Enderdrachen! Das ist meine Mission! Okay, das ist auch runtergefallen! Es sind schon viele gefallen hier! In Minecraft Sky! Aber Izz-Lack! Ich würde den finalen Schuss machen! Hey, war das der letzte? Wie viele gibt's denn noch? Ist jetzt Frieden? Also, wir gucken mal oben... Es ist ganz schön ruhig geworden, ne? Ist jetzt einfach Ende? Einer scheint noch am Start zu sein! Stimmt, steht ja auch unten recht, ich dumm Kopf! Dann ist das wohl jetzt die finale Aufgabe für den Izz... ...den ausfindig zu machen! Da oben vielleicht irgendwo? Alle bauen sich so hoch, Alter! Das ist Minecraft Sky! Wir bauen uns alle einfach richtig hoch! Mal gucken, wo der am Start ist, Leute! Ich kann ihn aber riechen! Ich riech den! Aber wo soll der sein? Warte mal, ich mach mal gerade meine... ...äh, meine... ...mein View... ...mal überlang! Überweit! Auf Extreme! Dann gucken wir mal, wo der am Start ist! Als ob der letzte Enderdrache sich einfach... Alter, ich find den! Da ist er! Ziehlos ist der Enderdrache! Wer ist Traitor? Hä? Der ist ja gar nicht am Start! Aber das ist meine Mission, Leute! Der ist echt vom Acker gemacht! Das ist ja auch so übel ruhig geworden! Leute, ich weiß übrigens nicht, ob ich das Ganze hier gerade als Ganzes hochlade! Aber theoretisch wäre es eigentlich dumm, das zu cutten, oder? Ich meine, das war eine volle Action! Eine komplett voll Action geladene Folge! Achso! Also, ich hab mich schon krass wie im Krieg gefühlt! Muss ich jetzt aber mal raushauen hier! Warte mal, die Enderpär, die gönnen wir uns natürlich wieder! Und dann gehen wir zusammen mit dem Maudadidado, glaub ich mal, nach ganz oben! Aber hier ist gar nichts, oder? Hier ist einfach keiner mehr! Ich glaube, wir haben gewonnen! Ja, wie lau, Alter! Hier ist noch einer! Einer treibt noch sein Unwesen! Das geht doch nicht! Leute, nicht, dass er das Hinterland noch zerstört, oder so! Aber höher geht's nicht mehr, ne? Und runter komm ich, glaub ich, auch nicht mehr so schnell! Oder ich kann den Maudadidado vielleicht runterschießen! Oh! 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 Ich wusste gar nicht, dass das geht! What? Alter, what the fuck? Es tut mir leid! Es tut mir leid, Maudi! Nein, nicht, dass der mich runterkickt! No problem, Bro! Ich wusste nicht, dass ich den runterhauen kann! Aber wo ist der Enderdrache? Hier ist einfach keiner! Es gibt kurzen Neustart! Alter, als ob! Dann wird der Letzte gefeitet! Okay, Leute, ich würd sagen, dann machen wir hier einen kurzen Cut! Ja, Paluten! Na? Na, du Nude? Oh! Und dann sehen wir uns jetzt hier im Moment wieder! Okay, Leute, wir sind wieder am Start! Da oben ist ja der Paluten! Und hier irgendwo wird jetzt hier im Moment der Enderdrache wieder gespawnt! Wir sind immer noch ganz oben! Maudados hier am Start! Wie gesagt, Paluten ist da oben! Und Alter, Palut kann fliegen! Alter! Was geht denn bei ihm ab? Ich hab mal wieder gar keine Ahnung! Und die können einfach alle runter... Ja, läuft! Da unten ist er, Leute! Und jetzt ist es an der Zeit, den allerletzten Enderdrachen zu töten! Keine Ahnung, ob das von hier oben überhaupt ansatzweise ankommen wird, das Ganze! Aber ich versuche auf jeden Fall mein Bestes! Oder ich versuche den Sprung nach unten! Aber ich glaube, dann hab ich keine Sachen mehr! Aber man kann natürlich auch aus der Perspektive hier perfekt den ein oder anderen Hit verteilen! Nur so weit kann ich nicht mal gucken! Oh, jetzt hab ich grad einen Fall verschwindet! Ich weiß nicht, wie ich hier wieder jemals lebend runterkommen soll, ne? Also das wird, äh... Ja, das wird eine relativ schwierige Sache! Wir können uns auf jeden Fall mal eine Spitzhacke nehmen! Und versuchen uns... Oh Gott, aber was haben wir denn hier auch alles unter uns? Also das würde, glaube ich, ein bisschen... Ein bisschen zu lange dauern! Und während der da unten komplett von einem bekämpft wird... Komm! Ich mach den heiligen Schuss von hier oben! Der kommt von ganz hier oben, Leute! Und dann wird das... Alter, ein Schuss würde ich wenigstens treffen! Komm! Ein von hier oben! Drache! Boah, Alter, der wird übertot gehittet gerade! Oh! Oh! Meiner hätte ankommen können! Ich weiß nicht! Geht das bei der Distance? Ich hab gar keinen Plan! Der ist auf jeden Fall ganz schön random da unterwegs die ganze Zeit! Boah, und er kriegt gerade so den Schaden des Grauens! Alle natürlich nur von mir! Ausschließlich! Ja! Da kommt er zu mir! Da kommt er zu mir! Und boom, Kollege! Da kriegt er von mir zwei! Und den dritten! Oh nein, in der Erde! Oh! Da war noch ein guter Shot! Und er hat kein Leben mehr! Ein Fall noch, oder? Ein Fall! Kommt jetzt der letzte vom E-Doppel-Set! Der war von wem anders, glaube ich! Da ist er! Da, Leute! Boom! Da ist der letzte erledigt! Ich würde sagen, ganz klar, ganz klar natürlich vom Doppel-Set-Persönliche ganz oben, Leute! Wir haben es geschafft! Und ich würde sagen, mit diesem wunderbaren Silvester-Feuer-Raketengedönse-Sylvester-Feuerwerk-Animent-Feuerwerk verabschiede ich mich von der heutigen Folge, Leute! Wenn es euch gefallen hat, würde mich sehr über einen Daumen nach oben freuen! Und ich bin jetzt auch einmal dabei gewesen bei dem Event, diesmal beim Boss-Event! Ich hoffe, euch hat es gefallen, wie gesagt! Wenn ja, dann drückt den Daumen nach oben, checkt auch die Folgen der anderen, da war bestimmt auch das eine oder andere Spaß, ich gebe dabei! Und wir sehen uns dann wieder bei einer neuen Folge Minecraft Sky, morgen höchstwahrscheinlich dann relativ früh um 36 oder so! Hättet ihr Bock? Wenn ja, dann drückt den Daumen nach oben, bis dann macht's gut, take decision! Tschüss! Ha! Was für eine Story, Alter! Das war echt crazy, ich hatte gar keine Ahnung, was passiert, aber lief, lief, ja! Tschüss!